Seid gegrüßt zu einer neuen Folge Overwatch. Wir spielen heute den ganz normalen Spielmodus. Keine Lust mehr auf Winterüberraschung. So dann sucht euch mal was aus Leute, dann kann ich sehen was wir brauchen. Wir haben Verteidiger, Heiler, Verteidiger, Angreifer, dann brauchen wir noch einen Tank, dann nehme ich einen Roadhog. Dann haben wir jetzt noch einen Tank, aber egal. So genau muss man das nicht nehmen. Weil wir schon so ein bisschen wenig Angreifer haben, aber gut. Ich habe euch schließlich zuerst für den Tank entschieden. Das ist eine coole Karte, Eichenwalde heißt sie. Ein deutsches Schloss sein. Das sieht echt cool aus. Aber jetzt in dem normalen Spielmodus haben wir auch mal den Vorteil, dass wir auch mal den Ulti öfter aufladen können. So. Hier kommen sie gleich raus, die bösen Buben. Zehn Sekunden geht's los. Eingesperrt. Los, wer ist da? Ist da eine Farah? Wer ist da? Das ist eine Tracer. Das ist aber gemein hier. Zeigt euch. Jetzt hat es sich ausgetracert. Nochmal ein bisschen schnüffeln. Hier kommst du mal zu mir. Da müssen wir miteinander reden. Oh, oh. Ja, das ist jetzt. Ich muss auch nochmal hier gerade schnüffeln. So. Ich habe hier wenigstens den Roboter kaputt gemacht. Dann kann sie sich wieder zu Hause verkriechen. Äh, der Punkt ist ein Kampf. Das finde ich nicht gut. Den haben wir hier. Nächster. Du hörst auf hier rum zu hacken. Ich muss schleunigst mal zu unserem Punkt. Hier ist irgendwas los. Was ist denn da? Ich sehe niemanden. Da ist ein Genji. Ah, der ist sofort. Ah, und da ganz hinten stand auch ein Bastion. So eine Komma-Einheit, gerade wo ich mein Ulti gezündet habe. Das ist ja egal. So ein Mist, egal. Weiter geht's. Schnell zu Punkt. Roadhog ist leider nicht der Schnellste. Da hat jemand seinen Ulti gezündet. Wir machen ihn nicht. der beste ist noch da alles klar ich muss nur aufpassen ich wollte eigentlich jemand anders haben aber du bist auch ganz okay ich heimlich noch mal kurz oje 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 das war blöd dass sie jetzt gerade um die ecke kam er musste mich nur kurz an husten und schon heute schon wieder noch nein haltet sie auf meine kolle ich sehe da nur totenköpfe jetzt haben wir ja die nehmen den punkt ein na gut damit ist gar nicht schlecht er hat einfach mein ding abgewehrt ich muss schnell was trinken gerade kommen sie weg mit euch weg 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 ich hab nur noch oder seite das können wir noch schaffen freches ding ist hier noch irgendwo einer ich will hier noch leute stöhnen da was sind die denn da jetzt jetzt hältst du mal still mein freund oh nein da kommt noch eine dieber schnell weiter wieder zurück er ist so langsam aber wenn er erstmal da ist dann geht es rund ist hinter mir hinter mir sehr schön ist das gute fall du wolltest mich hier zurückzieht nein da ist noch eine symetra hinter mir naja hab ich gesnackt stehst du da nur rum ach so die macht ihren teleporter dahin oder was da ist nicht runter schubsen oh nein der explodiert ich bin sie weg aber ich habe sie überlebt laut nach laut nach oh ne mal leer die knarre ey na also lass mal kurz heilen angesagt ich habe mich noch mal voll dann geht es rund her dann ist soweit weg aber er macht mich platt wir wissen dass das ding da vom tor fernhalten unter allen umständen da hat sich gerade die über in die luft gejagt da steht schon wieder am besten jetzt ne ich bin langestellt aber einfach zu fliegen geht auf die nerven zehn sekunden nein es zwei meter vom tor entfernt ich muss da ganz schnell hin ich habe meine ulti fertig ich stoße euch alle weg wo du raus bist bist du erledigt jetzt ist schluss hier es darf nicht ans tor jawohl wir haben es geschafft ja dann rechtzeitig die highlight Ewisch! Danke für eure Unterstützung! So. Eine Tracer. Die anderen wollen sich nicht entscheiden. Dann suche ich mir einfach... Ich nehme einfach einen Heiler. Nimm ich die Mercy. War jetzt schön, wenn die zwei anderen noch zwei Offensive nehmen. Ja. Das war ein schönes Team. So. Auf geht's. Oh nein. Tür ist zu. Lasst uns raus. Was haben die hier alle? Dann gucken die mich alle an. Es ist Zeit zu handeln. Sauberaktivität. Meine Macht wächst. Ohne den Kribi gebe ich einen kleinen Damage Boost. Oder auch nicht. Wenn er mich abhaut. Warten sie schon da draußen? Mit Sicherheit. Da. Sind sie. Immer das gleiche am Anfang. Los geht's. Attacke. Ich heil dich. Halte Stand. Halte Stand. Nein. Geh raus. Wir haben hier einen Genji und alles mögliche. Oh nein. Meine Leute fallen. Ich kann kaum was dagegen unternehmen. Heill. Oh. Habe ich nicht. Oh. Oh nein. Was ist da hinter mir? Da ist ne Tracer, da ist ne Tracer, das ist ne Tracer, Leute. Da ist ne Tracer. Leute, da ist ne Tracer. ah ich muss sie hier heilen was ist hier los in dem raum ja einfach irgendwie reingeballert meine kollegen sind alle noch am leben dahin steht wieder auf leute jetzt geht es rund hier er macht sicherlich der ausgang ist verspärt da ist noch eine bombe reingeworfen perfekt zack richtig schön aufgeräumt was hier los ist die lassen uns da schon nicht wirklich ran ich bin schon fies ja nein die die war weg hier weg hier weg hier da sind einige drauf gegangen ich könnte jetzt die mitglieder wieder beleben aber ich warte noch bis sicherlich uns alle ich muss hier weg ich muss hier weg ich muss ich darf nicht als letzter laufen jetzt müssen wir hier geschlossen mal voran warum gehen wir immer hier durch dieses haus es bringt uns kein glück jetzt noch 60 sekunden oh der feindliche torbjörn hat sein ultimat gezündet ich muss hier weg ich muss hier weg ich muss weg meine dina sterbe nicht lassen wir uns den tag zu einen 않는 oder in dina so die 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 durch den Boah, was? Wie hat er das denn gemacht? Kann ich das noch sehen, bevor wir verlieren? Boah, der hat mich... Der hat mich dreimal getroffen auf die Entfernung und nicht mehr tot. Naja, war nix. Highlight des Spiels Ich dachte jetzt, als sie die Bombe da in den Raum reingeworfen hat vielleicht. Die räumt doch so ganz gut ab. Ja, aber es waren zwei coole Spiele. Haben Spaß gemacht. Juhu, nicht wett. Acht Stimmen, eine davon war von mir. Cool. Hat Spaß gemacht. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Lasst ein Like da. Abonniert uns. Und bis dann. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.